Ich sehe was auf der Karte und da will ich jetzt mal hin. Ich will mal da hinten, was ist auf der Karte, hey. Was hat der? Ich glaube ich nicht mehr benutzt. Und in dem Sinne, willkommen zurück zu... Aaaaaaah! GTA 4 Mal abhängen. Was ist das für eine Katzmusik hier? Geht doch aus der Sicht? Ich will mein Radio sehen dürfen. Okay. So. Entschuldigung. Okay. Da kommen sie sicher nicht hin. Und kehren! So. Ich sehe mich nicht. Und ich komme zurück. Sehr wohl noch da, der andere Guru. Naja. Ey! Das war fies. Das war wirklich fies. Blödi. Ecker! Hat er noch fahren hier? Oder hat's mir... Es geht noch. Es geht, es geht. Nicht gut, aber es geht. Doink. Doink. Pass doch auf, was du hinlatscht. Geht sie gut. Blöden Schauen an. Ja. Ich räume so ganz kurz ein bisschen auf. Wie dein Fettarsch. So, ist er noch da? Ja, er ist noch da. So. Auf die Seite. Also, wo ist hier der andere Sack? Der da? Ja. Also sind gerne sie. Wie? Bullshit! Oh Gott. Ja, ich habe auch eins. Irgendwo. Das hier. Nicht hoppen, aussteigen. Oh, komm jetzt. Und, aus geht's, ouch. Zu seinem Treffen bringen, das mache ich doch glatt. Na, das ist so viel Müll. Du bist so viel Müll. Du bist so müll. Du bist so müll. So. So dickin. Wait here while I make the deal, dude. Oh, come on. Let's have this thing to carry by myself. Sick. Yo, Mr. Bankerman. This is a real sound investment you're making. Good use of your assets and shit. Most definitely. Was das? Wohin? Nun, so. Dude, take me over to Wappinger and Harden. Wir gehen die Straße lang. So, aussteigen, abfahren, ich will dich nicht mehr sehen, du drögerli. Ja, ja, ja. Gut. Okay, dann geht's jetzt weiter. Wir sind zu Faustin. Wo ist der Faustin? Da ist der Faustin. Da, ja. Ist nicht weit weg, nein. Nein. Einer könnte ja. Nö. Bleib mal hier. Ach, Kinder, sie kann. Moment, wir überhaupt nicht mehr fahren hier. Das Motorrad hat mit dem ganzen Skill weggedönert. So. So. Und hier natürlich schreien. Ich bezahl keine Maut, ihr Dämmel. Das Spiel wird doch echt geil, das kann ich euch versprechen. Wir haben jetzt an der Oberfläche gekratzt des Spiels. So, ich schmeisse hier die Spiele raus. Soll ich? Ja, soll ich? Ein bisschen über die Klippe. Und aussteigen. Aussteigen, Nico! Aussteigen! Danke, du Dämmel. Ah, ist das erste Auto hier. Tss! He he he! Ah, wir kommen jetzt wieder hoch. Scheiben, über den Kleister. Da. Kann ein bisschen schwimmen. Tut uns beide gut. Het, 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 het. Ha! So. Die Zier rauf. Jupp. 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 Faustien! I'm home. Ein kleiner Chomp. Doink. Wicked to blow. Was das Richard? Tein nioh. Hallo. Hallo. Ist Mikael home? Nein, er ist weg. Okay. Ich muss nachher warten? Nein, nein, komm in. Oh, danke. Du bist willkommen. Sit down. Danke. Willst du etwas Tee? Natürlich. Willst du es? Mikael nicht mehr hat mich benutzt. Er sagt, es macht uns wie barbarians. Uncivilized. Wie emigranten. Oh, ja? Ich weiß, was du denkst. Es ist ein bisschen lustig, von ihm. Er hat nicht so gesehen. Als wir jung waren, bei Hause waren. Er war schön. Er war glücklich. Er hat mich glücklich gemacht. Aber dann hat er etwas verändert. Years vorhin. Ich wusste noch nicht, was es war. So viele Jahre, ich wusste, was es war, oder was war mit mir. Ich wusste, dass ich es in ihm nicht gesehen habe. Oder ich ihn verabschied habe. Ich wusste, was ich nicht so nahe. Ich wusste, dass ich mich nur in der Welt war. Ich wusste, dass ich so nicht. Es ist so, dass ich das war. Ich wusste, dass ich so nicht. Ich wusste, dass ich so nicht. Nein? Und du wirst dich nicht über deine Säule? Nachdem du in eine Stadt gehen und du hast 50 Kinder, alle in der Nähe auf der Kirche, alle mit ihren Händen cutten und ihren Händen cutten, du wirst dich, dass der Kreatur, der das tun kann, hat keine Säule. Hi, Lena. Hi, Emma. Was ist das? Ich erzähle dir eine Sache und du mich ignorierst? Du wirst dich! Nikobelli, Baby. Gut zu sehen. Ja, du auch. Was hast du? Was hast du? Du wirst dich? Nikobelli, Baby. Ich möchte, dass du die Leute kennenzulernen kannst. Du willst, dass du uns das Geld verdienen? Mach das Geld verdienen. Michael! Bitte, calm dich. Wir sind schon in viel Probleme. Ich weiß nicht, ob ich das mit Petrovich kann. Mach das und mach das. Wer bist du? Mein Vater? Mach das aus meiner Haus. Michael! Mach das! Also, was du willst? Ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank hier. Na ja. Wir müssen also was besorgen gehen. Schau mal auf. Nicht so laut. So, mein Remix-Radiosender. Während die Welt. Irgendwann. Mal. Für meine Zukunft. So. So! Wo geht's hin? Wo geht's hin? Let's go. Vielleicht ist es so schnell. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Echt da! Ha, könnt ihr das auch? Gut, wer kann's nicht? Das wäre die bessere Frage, wer kann das nicht? Wie kann man sich das nicht justieren, wer auch Gold wert? Nein! Wenn man mal will, dann macht es nichts. Das Auto werde ich nicht mehr brauchen. Kurz zertappen. Dauerlich lang einen Beweis mit ihr liegen lassen. Das versteht sich doch sicher, oder? Gleich ist es... Ich schaue nicht. Gleich... Gut, das Beweis bitte ist nur für meine Seele gut. Das findet hier keiner raus hier. So... So... Wend schon was? Nein! Wird du starten? Wird auch dein Totenschuss geben. Ich muss dann schön treten. Und halts auf die Sache. Na? Ja? Ich... Mir gefällt sowas hier. Haben wir hier was? Mal anschauen? Okay, dann geht's jetzt weiter. In einen Truck steigen. Liebens gerne. Komm on! Move your shit! Mr. Faustin, I have the truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and Windmill. Park up inside. Sure. What am I delivering? When it's inside, figure the explosion. You'll blow up good. Maybe you'll be careful. Drive over. It's pretty volatile stuff. Explosive! What the fuck! Tch! Und mein Auto explodiert auch gleich. Auch schon. Okay, bevor es ist... Mach ich doch gerne! Erholsame Fahrt hier. Ganz entspannt. So. Autoradio. Was gibt es Schöneres? Er steuert sich behäbiger als Oktritt. Fischer nach. Nehm. Zehn Gänge mit ihm. Roderum. Das ist mal ne Hupe, ne? Gut. So empfinde ich ist das Zeug jetzt auch wieder nicht. Ich muss ihn nicht so wahnsinnig aufpassen. Aber doch, ein bisschen passen mich schon auf. Mann, gib mir mal den Kittel. Was ist denn da? Ich habe zu allen keinen Spauern. Ja. Du ist mir doch wurscht. Arschendammt? Was ist der Große? Nein, ich habe keine Zeit. Das geht ja schon los. Ding, 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 ding. Ja schon. Wo ist ein Auto? Weg! Weg da! So. Weg hier. Und jetzt rein da! Denn sie wollen ja! Ich muss aussteigen. Warte, ich bin doch da! Mann, nerv nicht! Ah, jetzt will ich das Bombe scharf machen. Okay, sagt doch das vielleicht. Merkt niemand, dass hier etwas piept? Nein. Ich verdüfte ihn mal. Er rennt von selbst gut. Ich war's nicht. Nein, ich war's nicht. Warte, Trak! Äh, was wollte ich jetzt auch eigentlich machen? Kann ich mal hier das benutzen? Dankeschön. Nein. Ich verdüfte ihn. Ich bin ganz unabhängig. Ich bin voll ihr Auto. Tja, wo geht's? Erst die Aufgabe. Äh. Nein. Du bist wirklich. Ich hab's nicht gemacht. Ich habe das Ding auf. Aber nicht mehr auf mich auf das Ding auf. Vielleicht nicht mehr auf mich. Ich wusste, dass du einen Ice-Coop-Killer hast. Ich wusste, dass nichts von dir ist. Du bist. Und wenn jemand eine Balls haben, dich und Dimitri nicht haben, dich nicht mehr mit uns. Nicht mehr mit uns. Das ist das, was wir machen. So, keine neue Aufträge. Guck mal, die Fahrspur wechseln hier. Irgendwann mal kann. Nimm mal aus der Sicht. Erstmal die Maut nicht bezahlen. Hat niemand gemerkt? Nein. Erstmal parkieren. Erstmal hier. Ach, keine Ahnung. Geh ich halt. Ich will hier nicht los und spritzen. Alles schön eindüseln. Geh weg da. Pfui. Mach doch mal ab. Und tschüssi. So, jetzt will ich aber wissen, was der nächste Auftrag ist. Auftraggeber? Hallo? Aha. Was fängt da wieder gut an? Okay. Der ist eine andere. Dimitri. Okay, wir machen erstmal. Was mit Brusi? Dann kann ich den Arsch unendlich abhacken. Hallo? Officer? Nein, das ist kein gestohlenes Mal. Polizeiauto? Nein. Aber was hat der schon wieder? Mann! Warte! Wir müssen reden! Ich werde auf der Gomenade in Firefly Island sein. Dein Freund in Dimitri. Heute sind wir Freunde. Hä? Schaut mal sind wir denn Freunde. Erstmal den alten Freund besuchen. Brusi! Der alte Knacker. Der alte Dämpel vom Dienst. Danke dafür. Wir sind mehr in der Nähe als ich dachte. Ach, wir sind viel mehr am Arsch der Welt. Wir sind in 200 Yards. Turn left. Poli, poli. Autsch. Was ist denn da? Renn. Büserkübel. So was. Ja, renn Fettsack, renn! Jetzt machen wir was umleiten hier. Kommt die Regeln noch. Stump. Gäbschung. Ah, jetzt wieder. Nur weil ihr die Töffer beschützen wollt. Seid doch nicht so Kleingeistige. Ihr seid echt Rassisten. Autofahrer sind echt wurscht. Aber Töffer wollt ihr tot sehen. Äh, beschützen. Okay. Wurde rum. Platz da. Ach, Keenass. Was muss ich denn noch machen? Geh mal ein Feuerauto wieder ab. Besteh ich. Klar. Ich warmt langsam meine Sau. Aber sonst. Leck mich. Leck mich. Und drehen. Und drehen. Und fahren. Geh mal weg da. Und drehen. Geh mal weg da. Das ist nur ein paar Robolarschaden. Kollateral. 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 Das macht doch nichts. Lasst mal ein Auge zu. Danke. Mein Auto geht nicht mehr an. Schauen euch blöden Bullen. Ja. Verzittisch. Wenig von euch. Wenig von euch. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Kann ich hier oder muss ich die Mission mit dem Bullen noch abschüttern? arrangegüttt, schnell und weg. Ui! Ich bin ein Polak-Polak-Asshole für dich! Pleasure to meet you, auch. Er ist kein Polak, er ist ein Gentleman. Er ist noch ein fucking Asshole. Entschuldigung, Nicky, Mann. Wie geht's? Okay. Sweet. Ich habe dich, Mann. Ich bin groß, aber ich bin so schnell. Warte, Mann! Oh, ich bin sorry. Kannst du mir das wieder zeigen? Enough, Mann! Enough! Oh, oh! Fuck, Mann! Das ist ein Red Army-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich! Du musst mir das zeigen. Ich bin voll mit der Macht. Komm, ich beckere meine Becks, Mann! Nein, danke. Ich bin sehr stark. Ich bin 4.50. Ja, ja, ja. Oh, was ist das? Roman sagte, vielleicht hast du etwas Geld und wir brauchen etwas Geld. Oh, mein Schmerz? Ja, natürlich. Ich liebe diesen Mann! Ich liebe ihn! Ich meine, ich bin kein Chubby-Chaser, aber wenn ich bin, dann wäre der Mann. Ich bin kein Problem. Ja, ich werde ihn wissen. Hey! Ich bin mit dir. Bruce, ich liebe eine Scheiße. Okay. Okay. All right, jetzt. Listen up. Ich weiß, dass ihr euch viel Geld braucht. Ja. Es ist ein guter Job. Nicht genau wie eine Mom und Pop. Keine Probleme. As long wie die Geld ist gut. Manchmal Leute schreien andere Menschen. Okay? Und die Leute, die schreien andere Menschen, müssen sie schreien. Especially die Leute, die schreien, bevor sie auf die Stange und die Leute in die Zeit für viel Zeit. Was? Ich brauche dich zu schreien andere Menschen. Nur sie sind in hiding. Wie kann ich ihn finden? Man! Du bist cold! Du hast nicht sogar blink. Du bist nicht blingst! Du liebst das! Du liebst das! Du musst das einen Polis-Cur. Du gehst auf die Computer. Du gehst mir einen Telefon. Du gehst mir einen Telefon. Nicht wirklich. All right, Brucey. Ich gebe dir einen Telefon. Ice-Cold, Mann! Ice-Cold! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Ich will nur die Kohle und du kannst dir bleiben unter Pfeffer wächst, ey! Okay, was nehmen wir für einen Out? Nö, du bist mir zu gross. Es kommt nichts besseres. Es ist ja hinter dir. So, was ihr? Also gut. Ich habe noch gar keinen Auftrag. Hallo? Das ist doch nicht so eine scheisse Wucke, ey! Rock! Und nichts anderes! Dann warten wir halt. Am besten auf dem Auto. Es ist doch kein Auftrag erschienen, oder? Nö. Ich bin eine Taube und ich sitze auf dem Dach. Spinnst du eigentlich, du Dabbel? Na, warte. Warte. Warte! Warte! Dann halt anders. So. So. 9. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 1. 3. 4. 4. 2. 1. 1. 1. 2. Tasse zu. Le... 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 Tasse. Rivas. R... V... A... S. Und? Eingabe. Na hallo. Ermitteln. Gut. Bei meiner Spass ja losgehen. Ja. Sie ist nie hinter mir. Okay. Leil Rivas. You are dead. Ich mein dead. Du bist tot, mein ich. Alter, was macht hier so'n Krach? Chill doch mal. Dann wird sich die VK-Hospitals gestiegen ist. Vielen hässlichen Dank. So. Geht's hier schön durch. Schön, oder? Dann hier nach links. Wo das Arme rechts ist. Okay. Okay. Sag mal... Ich muss da rein, oder? Sind die Kanacken? Hallo? Tuh. Irgendwo? Ich vermute, ja. Okay! Nein, das macht es nicht. Ah, bin ich hier der Kammerjäger oder was? Meine Herren. Dann halt. Endlich mal wieder Vierräder. Oh, wie ich das vermisst habe. Bei der letzten Verfolgung mit dem TÜV. Das ist ja nicht gerade so klug. Nicht gerade gut. Nein, 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 nein. Nein. Njom, 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 njom. So. Taha, taha, taha. Okay. Was mache ich mit dir? Schiessen? Neun. Unfall machen? Jupp. Habe ich heute das Glückste bei dir. Fahr doch anständig, meine Herren. Wo willst du hin, Schätzlein? Wo willst du denn hin? Okay. Du wirst... Er ist schneller auf dem Dach. Du oder ich? Ich würde mal sagen... Du. Oh, das habe ich nicht so aufgehalten. Mano, meh da. Gut für die Bremsen. Wie lange reicht dein Benzin? Nein, das reicht ewig. So, lassen. Muss ich dich mal zum Stehen bringen. Wie brauche ich das am besten? Meine Munition, ich vergeudel für dich nach Kaffee. Danke, du Arsch. Verzieht dich. Entschuldigung. Jetzt sagst du, du bist hier sicher, oder? Ja, und? Ich halte dich schon auf. Nein, keine Sorge. Alter, habe ich das gedrückt? Nein. Nein. Meine Sorge, Leute. Ich will nichts von euch. Come on. Get out of the way. So. Du bleibst jetzt erstmal schön hier. Get out of the car, man. Wenn ich fahren kann, kann ich nichts dafür. Also, flie doch, wenn du wisst. Wo bist du denn, Schätzelein? Da hin? Okay. Ich habe schon den richtigen Rad. Ach, kinderass. Ich den Rad sende, dann läuft alles wieder gespürt. Achtung, heißes von hinten. So. Das erklebt auch noch. Und nochmal. So. Problem erledigt. Ich denke, ich verstehe. Los geht jetzt. Wir sind Все. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Einen Teil von Personen werden sehr glücklich. Dass es andere Leute mit Ihnen nicht tun. Die Leute sein können nicht sagen. Es gibt nicht mehr andere Menschen. Oder haben sie mit ihnen. Wenn du mich dingeholt. Ich habe der Geld. Du bist einmal über die Cabbage. Du bist alles über die Cabbage. Okay Leute, wir haben es gefallen, einen Daumen hoch, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Part, bis denne und tschüss.